yo leute was geht und willkommen zu einem vlog, also zu einem neuen video und war ich so wie versprochen wenn ihr gestern mein video abgecheckt habt dann wisst ihr was ich meine ab jetzt kommen halt immer vlogs wo ich hingehe oder so jetzt gerade gehe ich zu meinen kollegen, also wir gehen eigentlich gehen wie ich bin danach gehe ich zu ihnen im training dafür bekommt ihr natürlich auch aufnahmen weil es soll ja ein vlog werden und ja ich fahr grad da hin, die haare sind manchmal findet ihr so ein paar tone, manchmal wird es wackelig und so weiter also ich fahr ja mit dem fahrrad ich denke mal, ich denke mir was aus, ich mach Fahrradaufnahmen, schätze ich mal oder so, keine ahnung mal schauen auf jeden fall fahren wir jetzt zur schule, also mein kolleg, beim footballspielen, wir spielen ein bisschen, das will ich natürlich nicht auch weil es ist langweilig so weiter aber, aber, dafür bin ich das anders und zwar, ich bin das anders aber, das muss mich so ganz schnell auf der schule, dass mich keiner super fährt, sonst ich gefriedigt schon, ja schon, mein kollegen sind hier schon, haben halt abgemacht ich glaube, den habt ihr in manchen videos gesehen und das sieht man gleich dran meine haare fresh, oder? aber danach, jetzt habt ihr ein paar gehört ich gehe auch ich gehe auf auf leo also auf eine auf schule und dann spiele ich ein bisschen fußball, ich höre schon die leute wuuu ich würde sagen ich will euch wieder mit, wenn ich beim fußballspiel dahin gehe bei meinem freund, weil wir haben abgemacht um 16 Uhr ja, tschau yo leute also was für yo leute ja meine haare ihr seht das etwas spieler weil ich war ja noch nicht zu viel und jetzt fahren wir zum training ok tschüss kicken viele tschüss guck mal m Hundert Prozent kriminell, meine Gang kamen, wenn es Coupé am geht. Willkommen im Kartell, meine Jungs sehen Geld, leben schnell, ja, la, geh aus dem Weg. Ich hoffe, ich werde euch freuen, weil wir Ziel auf Porsche, RTL, Pause sehen und es werden nicht mehr folgen. Und ja, das war's eigentlich schon. Ja, aber ich nehme euch jetzt noch mit und dann würde ich sagen, das war heute unser erster Vlog. Und morgen kommt der zweite Vlog, online. Ja, fach hat zwei Händige, wuuu, I like it, wuuu, Senn und Park, I can walk away. Gleich wird's halt, ein sehr Berg runter und dann bin ich fähig, dann muss ich anders fahren. Nein, aber ich weiß nicht. Nein, aber ich weiß nicht. So, jetzt schau ich doch, oder? Nein, aber ich habe gesagt, nein. Ich nehme euch jetzt mit in den Etagen, Digga. Ich gehe jetzt hinweg runter. Der wird jetzt gefährlich sein, aber hoffentlich kann man da... Ihr seht schon diese Kompuls. Woa, 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 woa. Vielleicht sind wir auch Poul? Nee, der hat heute ja nie noch zufrieden, oder? Aber wir sehen ein paar Leute. Danny sehen wir. Vielleicht film ich den, oder? Auch hier sehen wir sie dann. Ich fahre jetzt grad für neun ein. Aber, es könnte sein, dass es nicht so viel ist. Also heute ist der erste Tag bei Akspanwal. Ich binscheinlich als Fiegi danke. Du bist прост. Das sind beide Trommel boulevard. が,rage、いけ、いけ、たままった! Easy, easy! Ich sag, du neichte mir das gleich der ist. Also nach dirbled, dass er für microwazar Μ och sistematur nirg. Und dann weiß ich troweise misma gar nicht. Ich kann es nur um den Silas raus wollen. Ich werde auf jeden Fall wieder filmen und so weiter. Ich habe mir noch nichts erzählt, dass ich den ersten Vlog mache und so weiter. Oder doch, glaube ich. Ja. Ich bin gleich mit ihm verabredet. Wir haben uns jetzt vor. Ich denke, der ist schon da. So wie immer bin ich pünktlicher oder späterer. Keine Ahnung. Wer war ich denn? Wer war ich schon bei mir? Was Bescheid das ist? Silvestre. Moje Silago. Moje Silago. Moje Silago. Moje Silago. Moje Silago. Dieser Moment, wenn irgendetwas auf Orenas geht. Hier müsste ich schütteln. Richtig schütteln. Dieser Bild. Alter. Ich komme noch krassen Videos drauf. Und an alle so. Ihr macht ja wahrscheinlich Ramadan. Ich nicht, weil ich bin Dün. Also. Kennst du das? Ganz klar. Die Leute. Also wir sind angekommen. Und ja, Silas ist noch nicht da. Also nicht getan. Ich film ihn nachher, wenn er da ist. Nehmt euch jetzt noch mit. Und ja. Ciao. Okay Leute. Das war es eigentlich schon vom Training. Das Video. Ja. Wir gehen jetzt persönlich noch mal zu Silas. Woschen. 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 Das ist ja. Darum fragen. Woschen. Da. Ist das meine Videos. Was? Das ist ja. Das ist ja. Das ist ja. Das ist ja. Ja, Leute, äh, dein Interview. Okay. Es reicht. Nächste Woche kommt ein Trin. Pass. Und? Und das wirst du jetzt. Jeter Blum? Ja. Okay. Ja, tschau. Du bist auch mit YouTube. Ehrlich. Ja, du hast auch... Nee, du. Ah, ja, aber ehrlich. Das wirst du, ehrlich. Ich hab nichts gemacht, Digga. Ich hab euch alle bei euch. Ciao. Bis morgen, gell? Morgen nicht. Nee, morgen der Ball mit der Schule, das hier, dem hier. Nur dem? Wie viel Uhr? Bist du morgen da, dass du mit trainieren kannst? Ja, nach der Schule. Okay. Ciao. Wie du willst. Okay, Leute. Abgeschiebt vom Klapp. Wo-o-oh-oh. Brüsch, 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 Brüsch! Ja Leute, ich will euch jetzt bis zum Zuhause mit und wir schauen, was wir noch machen. Auf jeden Fall denke ich mal, das war's jetzt erstmal. Wir sehen uns nach. Leute, wir nähern uns am Zuhauseweg. Und ja, also ich find gleich da. Dann sag ich euch tschau und sag bis morgen. Weil morgen kommt der Nick zurück. Ich log online. Und ich halt den Nick und Tag auch so welche. Und da hab ich euch gefallen. Da ich jetzt mal jeden Tag blogge. Und wenn euch halt den Tag kommt. Morgen nehm ich euch wahrscheinlich in die Schule mit. Keine Ahnung, mach schon. So ist so manchmal meistens mein Tag. Oh ja. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Leute, das war's mit dem Video, hoffentlich hat euch den Vlog gefallen, wenn ja lasst ein Like da, wenn nein, Daumen nach unten, ja. Und zwar folgt mir eigentlich auf Insta, folgt mir auf Snapchat, egal, und ja, Grüße an Daniel und so weiter und an Gesi und so weiter, ja, morgen kommt der nächste Vlog, macht euch auch was gespannt, kommt direkt rein ins Video, wenn ihr auch gegrüßt haben wollt, schreibt das in die Kommentare, wäre auch geil. Also erstmal Grüße an Daniel, Grüße an Gesi, Grüße an Mona Lisa, Grüße an Pia, Grüße an Silas Vorschert, TV, ja, bei ihm waren wir ja heute Abend drin, wenn ihr wollt, euch mal bei Danny ins Training gehen, lasst, dann vielleicht doch, und fürs Video, lasst so viele Likes an, wie ihr wollt, drei oder vier, ist egal. Ja, also tschaaat.